Moinsen, ihr Flitzbieben, ihr flaubenwärtigen Lumpen und alle, die nicht so genannt werden wollen. Ja, ich bin der Cubase-Erklärbär und das ist der Start zu meiner neuen Serie Beringer X-Touch als Mackie-Control in Cubase. Da müssen wir vorher mal ein paar Kleinigkeiten klären. Und zwar sehen wir hier links quasi eine schematische Darstellung der originalen Mackie-Control. Und dann sehen wir schon mal, dass die Anordnung der Knöpfe etwas anders ist als bei unserem Beringer X-Touch. Fangen wir mal hier an bei den V-Port-Assign-Knöpfchen. Die heißen beim Beringer X-Touch Encoder Assign. Und dann schauen wir uns das mal an. Die sind hier anders angeordnet. Das geht hier von Track, Panorama, EQ, Send, Plug-in und Instruments. Und das ist beim Beringer Alt hier waagerecht angeordnet. Das muss man wissen. Dann haben wir hier diese Display-Knöpfe, die sind beim X-Touch links und rechts neben dem Display, weil die originale Mackie-Control hat ein anderes Display quasi über die komplette Breite des Gerätes oberhalb der Fader und so weiter. Okay, Beringer löst das mit seinen Scribble-Strips und hier dieser Anzeige. Das ist aber nicht so wichtig. Dann haben wir hier in der originalen Mackie-Control die Fader-Bank-Knöpfchen. Die befinden sich beim X-Touch hier unten. Und dann haben wir hier in diesem Bereich Fader-Banks noch ein Flip und Global View. Die befinden sich beim X-Touch über dem Main-Fader. Hier haben wir den Flip, da den Global View. Dann ist noch zu beachten, dass die Funktionstasten und die Global View, wie sie in der Mackie-Control heißen, beim X-Touch quasi vertauscht sind. Die Global View-Reihe ist oberhalb der Funktionen. Da muss man dann immer dran denken, wenn man sich so eine Bedienungsanleitung anguckt, die ich euch auch gleich noch kurz zeige, dass diese beiden Funktionsreihen, will ich sie mal nennen, quasi vertauscht sind. Und dann haben wir hier die Modifier, Automation und Utility. Das ist beim X-Touch und bei der Mackie-Control gleich. Und auch hier die Transport-Buttons sind gleich. Hier unten für Zoom uns bewegen und so weiter und das hier das Ding zum Scrubben, das ist identisch. Ist nur ein bisschen anders angeordnet, weil bei dem X-Touch die Fader-Bank-Tasten und Channel-Tasten halt daneben noch liegen. Okay, das ist mal Schritt 1, wo wir umdenken müssen. Dann, ich mache das hier mal, ne ich mache das nicht zu, sondern ich mache das hier auf. Dann gibt es für die Mackie-Control, ich weiß gar nicht, ob man die separat kaufen muss bei Mackie oder ob die dabei sind, wenn man die kauft, quasi eine Tastenbelegung extra für Cubase. Also beziehungsweise Cubase hat einige Tasten anders belegt als die originale Mackie-Control-Beschriftung das ausdrückt und deshalb gibt es so Schablonen. Und dann gucken wir uns das mal an, hier schon bei den V-Pod-Assign, dann haben wir hier einmal Track, das heißt bei Cubase First, warum auch immer, dann Panorama Surround, heißt nur noch Panorama, EQ ist gleich, Sends sind hier Last in der Cubase-Tastenbelegung, dann Plugins ist gleich und Instrumente sind in der Cubase-Konfiguration, Dynamik, FX und AUX. Display bleibt gleich, Fader-Bank bleibt gleich, Funktionstasten bleiben gleich, Fader-Banks, was im Original Global View heißt, steht hier auf einmal nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kommen wir alles zu, was damit ausgelöst wird. Dann haben wir anstatt den Modifier-Tasten, haben wir jetzt hier diese vier Tasten einmal als Undo, als Save, als Redo und Revert. Die Automation, Read und Write ist geblieben. Anstatt Trim haben wir jetzt hier Sends, keine Panik, erkläre ich euch alles. Und dann hier die unteren drei, Touch, Ledge und Group, heißen in der Cubase-Belegung Project, Mixer und Motors. Dann haben wir Utility, anstatt Save und Undo, das ist ja in der Mackey-Control hier rechts und in der Mackey-Control Cubase-Variante hier links hin. Das ist, da kann man sich dann vertun, ich sage das nochmal, wenn man so eine Bedienungsanleitung irgendwie liest, drücken Sie auf Ihrer Mackey-Control Undo. Und dann guckt man sich das Bildchen hier an oder hat die Mackey-Control die originale vor sich und dann drückt man hier drauf, aber in Cubase müsste man hier drauf drücken. Wie gesagt, das muss man sich verinnerlichen. Okay, also gucken wir uns an, was in der Cubase-Mackey-Control, will ich es mal nennen, hier ist, da haben wir anstatt Save, haben wir Instrument, anstatt Undo haben wir Master, anstatt Cancel haben wir Solo-Defeat und anstatt Enter haben wir Shift. Merken, da ist hier Shift, ganz wichtiger Taster. So, dann haben wir hier Transport und Control. Das ist auch wieder anders belegt als im Original. Im Original haben wir Marker, das ist bei uns in Cubase Left, also der linke Locator. Nudge haben wir den rechten Locator. Mit Cycle bleibt, schaltet man den Cycle an aus. Anstatt Drop haben wir hier Punch. Anstatt Replace haben wir vorherigen Marker. Anstatt den Click haben wir hier einen Marker hinzufügen. Und anstatt Solo haben wir zum nächsten Marker springen. Okay, rückwärts, vorwärts, Stopp, Play und Record bleiben gleich. Okidoki. Das betrifft alles die originale Mackey-Control. Jetzt schauen wir uns an, was können wir denn da in unserem X-Touch mit anstellen. Wir haben hier einmal rechts ein Bild von meinem X-Touch, so wie die Beschriftung ist. Das ist die originale Mackey-Control-Beschriftung. Und dann gibt es so Schablonen, die man sich schießen kann. Ich habe diese Schablone jetzt bei Ebay gekauft, hat 16 Euro plus Versand, ich glaube 3 Euro Versand oder irgendwie sowas. Die habe ich mir gekauft. Da gibt es verschiedene Anbieter. Ich habe das jetzt hier bei Tactility. Das ist keine bezahlte Werbung. Ich will nochmal darauf hinweisen. Ich habe euch das mal kurz aufgerufen, hier bei Ebay, da 13 Euro und dann kommt da noch 3,40 Euro Standardversand dabei. Und wenn man sich das hier mal anguckt, das Produktbild bei Ebay, das hat mich zuerst ein bisschen abgeschreckt. Ich denke so, ob du das kaufen sollst. Weil wenn wir mal gucken hier bei Fader Bank, da stehen ja so Zahlen 1, 2, 3, 4 bis 8 und dann so ganz schwer zu lesen. Neben der 1 ist ein Schrägstrich und dann steht All und bei der 2 steht Audio, bei der 3 steht Group. Und das kann man ja eigentlich überhaupt nicht lesen. Ich kann mal das größer machen. Ja, ich hoffe ihr könnt das sehen hier. Es geht mir um diese Zeile unter Fader Banks. So, kann man zumachen. Als ich das Ding bekommen habe, sah das aber so aus. Ich denke mal, da wird der Anbieter sich auch nochmal Gedanken zugemacht haben. Und deshalb, das kann man also tadellos lesen. Das ist ein Foto von meinem X-Touch mit dieser Schablone drauf. Ja, meiner Meinung nach, wenn man das Ding hier so benutzen will, macht diese Schablone durchaus Sinn. Man kann natürlich auch ohne die Schablone arbeiten. Aber wie gesagt, dann will man sich einarbeiten in das Teil und sieht halt, oder in der Bedingungsanleitung, die ich euch jetzt gleich zeige, steht, drücken Sie Shift und keine Ahnung was, F1. So, dann will man ja hier drauf drücken und auf F1. Wenn wir uns in Cubis befinden, müssen wir aber auf Enter drücken und F1. Ja, deshalb, wie gesagt, macht das für mich Sinn. So, dann zeige ich euch noch ganz kurz, wo wir denn die Bedienungsanleitung von Cubis für die Mac-E-Control finden. Also, die Steinberg.help-Seite. Da finden wir alle Benutzerhandbücher und so weiter und so fort. Und da finden wir auch, wenn wir auf Cubis gehen und dann, in meinem Fall Cubis Pro und 12, wenn wir dann runterscrollen, finden wir hier Fernbedienungsgeräte als PDF. Da klicken wir mal drauf, ist leider nur in Englisch. Zack. Und dann haben wir hier Remote Control Devices und hier links können wir direkt zur Mac-E-MCU Pro gehen. So, und da ist eigentlich alles beschrieben, was man braucht. Kann ich nur jedem empfehlen. Und hier ist dann auch quasi eine schematische Darstellung, was, wo, wie, welcher Knopf auf der Mac-E-Control in Cubis bedeutet. Das wollte ich euch nur zeigen. Das kann man sich runterladen, das Ding. Und man kann sich, was weiß ich, dann auch nur dieses Ding hier ausdrucken und neben den X-Touch legen. Und dann muss man da halt drauf gucken. Das kann ja jeder machen, wie er lustig ist. Oder sich selber eine Schablone basteln für den X-Touch. Ich war faul. Ich habe mir halt so ein Ding gekauft. Ja, dann würde ich sagen, schwenken wir jetzt mal rüber zu Cubase. Und dann im ersten Schritt zeige ich euch mal die Basis-Mixer-Funktionen. Bis gleich. So, jetzt befinden wir uns hier in Cubase. Da zeige ich euch noch ganz kurz die Einstellungen, die wir machen müssen. Habe ich zwar in einem anderen Video, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Aber sei es drum. Wir gehen unter Studio in die Studio-Einstellungen und suchen uns dann hier unter Fernbedienungsgeräte Mackey Control. Sollte die Mackey Control hier unter Fernbedienungsgeräte nicht auftauchen, müssen wir hier auf Geräte hinzufügen klicken und suchen uns dann hier die Mackey Control. Die ist natürlich jetzt hier in dem Auswahlmenü nicht mehr vorhanden, weil ich habe sie ja schon angelegt. So, für unseren X-Touch müssen wir dann die MIDI-Ein- und Ausgänge noch aktivieren bzw. auswählen. Da ist dann der X-Touch-Int zu wählen, sowohl für Ein- als auch Ausgang. Dann haben wir hier ein Fensterchen. Damit können wir festlegen, was die Funktionstasten, also die F1, F2, F3 und so weiter, in der Mackey Control bzw. im X-Touch in unserem Fall, welche Funktionen da ausgeführt werden. Ich habe da nur zwei Tasten belegt und zwar sind das Presets aus dem projektbezogenen Logical Editor. Und wir haben sozusagen nicht nur acht von diesen F-Funktionstasten, sondern wenn wir mit gedrückter Shift-Taste auf dem X-Touch wohlgemerkt, nicht auf der Computertastatur und dann auf diese Funktionstasten auf dem X-Touch drücken, also quasi zweimal acht. Hier User A, User B, das habe ich bisher nicht benutzt und weiß deshalb auch nicht, was das für Tasten sein soll. Kriege ich aber auch noch raus, wenn ich das rauskriege, liefere ich das nach. So, dann haben wir hier unten einmal Smart-Switch-Intervall. Das bedeutet, das können wir einstellen auf Aus, Kurz, Mittel und Lang. Ich habe das standardmäßig auf Kurz stehen. Das bedeutet, wenn wir eine Taste, das zeige ich euch am besten direkt mal am lebenden Beispiel. Normalerweise, ich klicke hier einmal drauf und dann ist der erste Kanal solo geschaltet. Zu den Funktionen komme ich gleich später. Also Smart-Switch-Intervall bedeutet, wie lange muss ich eine Taste gedrückt halten, bis dieser Smart-Switch eingeschaltet ist. Smart-Switch bedeutet, wenn ich die Taste jetzt wieder loslasse, wird die Funktion wieder deaktiviert. Das geht auch mit Mute. Ich halte die Taste gedrückt und lasse sie los. Dann geht Mute wieder aus. Kurz gedrückt, bleibt an. Etwas länger gedrückt, wird dieser Smart-Switch eingeschaltet. Und das kann man halt über diese Funktion bestimmen, wie lange ich die Taste auf dem X-Touch drücken muss, damit dieser Smart-Switch ausgelöst wird. Dann haben wir hier Auto-Select aktivieren. Wir haben auf unserem X-Touch und auch auf der originalen Mackey-Controller und auch bei vielen anderen Controllern berührungsempfindliche Tasten. Das zeige ich euch auch mal ganz kurz. Und zwar, wenn ich nur den Fader berühre, habt ihr hier oben gesehen, wird dieser Kanal selektiert. Ich berühre den Fader, ich berühre den Fader. Und wenn wir das in den Einstellungen ausstellen, dann ist das nicht der Fall. Dann können wir nur über die Select-Tasten diesen Kanal auswählen. Und das korrespondiert natürlich dann auch mit der ausgewählten Spur in Cubase. Wir haben jetzt die erste Spur ausgewählt. Zack, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste. Und jetzt berühre ich mal den Fader. Zack, ist der erste wieder ausgewählt. Der eine mag das, der andere mag das nicht. Es kann ja sein, dass ihr diesen Kanal hier ausgewählt lassen wollt, aber diesen Fader hier bewegen wollt, aber ohne, dass die Selektion von der ersten Spur, sagen wir mal, aufgehoben wird. Dann müsste man, ich schiebe das mal hier rüber, dass ihr das seht, dann müsste man Auto-Select abhaken. Schieben wir das mal hier hin. Und wenn ich jetzt draufklicke und auch wenn ich den Fader bewege, wird es nicht selektiert, weder auf dem X-Touch noch in Cubase. Jetzt aktiviere ich das Ding wieder. Zack, zack, zack. So, das ist das eine. Dann hier unten den Relay-Click. Da steht in der Bedienungsanleitung von Cubase zu den Fernbedienungsgeräten, dass wenn man jetzt eine der Haupttransportfunktionen, so habe ich es verstanden, also Start, Stopp, Record oder wie auch immer, wenn ich die auslöse, dann soll ich einen Relay-Klick hören, ein Relay-Geräusch, irgendwie eine Rückmeldung von dem Controller. Das scheint der X-Touch nicht eingebaut zu haben. Also können wir das auch getrost auslassen. Okay, dann machen wir das Ding immer zu. Was auch noch wichtig ist, ist unter den Studio-Einstellungen weitere Optionen, genau. Und da können wir dann einmal hier Mackey-Control anklicken. Und dann erscheint hier so ein ganz kleines Fensterchen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und da kann man wählen zwischen Cubase und Compatibility. Das einfach auf Cubase stehen lassen, ist auch Standard, so Kompatibilitätsmodus ist, glaube ich, für ältere Cubase-Versionen. Da sind nicht alle Funktionen einer Mackey-Control dann verfügbar und so. Einfach auf Cubase stehen lassen und fertig ist die Laube. Was ich nicht vergessen darf, ist natürlich unter den Studio-Einstellungen, gehen wir mal hier in die Medi-Anschlusseinstellungen. Man sollte für diesen X-Touch-Int bei den Eingängen den All-Midi-Input deaktivieren. Das mache ich auch mal hier. Das braucht kein Mensch. Weil sonst empfängt das gute Ding irgendwelchen Medi-Müll, den wir nicht haben wollen. Also bei dem X-Touch-Int bitte hier den All-Midi-Input ausschalten. Da will ich hin. Also erstmal zu den Basic-Mixer-Funktionen. Die Fader, das sollte klar sein, habe ich gesagt, berührungsempfindlich. Und wir verändern damit halt ganz einfach. Ist ja gerade auf, schaut euch mal hier Kanal 2 an. Damit steuere ich den Fader. Und weil es Motor-Fader sind, wenn ich den Fader in Cubis mit der Maus bewege, bewegt er sich auch auf dem X-Touch. Hier oben haben wir acht Bootis oder Encoder, wie auch immer. Damit die Dinger hier in der Standard-Funktion sind, sollte hier auf Panorama, auf Pan, im Encoder-Assign-Bereich, sollte das hier auf Pan stehen. Das ist Standard. Wenn man das Ding einschaltet, ist der hier angewählt. Und in diesem Video lassen wir den immer an. Wir machen jetzt erstmal nichts anderes. Die Potis sind nicht nur Potis, sondern man kann sie auch drücken. Und die haben also sozusagen eine Push-Poti-Funktion, also auch ein Schalter. Was die Funktion jeweils macht, sehen wir später. Nur das jetzt schon mal im Voraus. Das könnt ihr leider jetzt sehr schlecht sehen, weil es etwas unscharf ist. Wir haben hier in diesen Scribble-Strips, das ist in der Original-Meki-Control eine durchgehende Anzeige. Hier beim X-Touch ist das halt leider immer unterbrochen. Das sind dieselben Scribble-Strips, die auch im Beringer X32 verbaut sind. Und ist dann wahrscheinlich etwas kostengünstiger zu realisieren gewesen. Das sind zwei Zeilen. In der oberen Zeile kriegen wir jetzt hier angezeigt, ich befinde mich im Pan-Modus. Da steht da Pan. Und hier steht Left-Right. Und hier steht Page 0102. Das kann man, glaube ich, so einigermaßen noch lesen. In der zweiten Zeile steht die Beschriftung der Spur. Hier steht Reffer 1, Reffer 2, Kick in, Kick out, dann ein Raute-Kick. Und das ist die Beschriftung, so wie ich es in Cubis hier vorgenommen habe. Und es wird halt abgekürzt, weil in diesen Scribble-Strips ist halt nur begrenzt Platz. Das mit dieser Raute, das ist so ein Benennungsding von mir. Damit weiß ich direkt auf einen Blick, okay, das ist ein Gruppenkanal. Dann haben wir hier noch ein lustiges Tasterchen. Und zwar steht hier Flip. Wenn wir den klicken, dann ändert sich sozusagen die Belegung. Was eben auf den Potis war, ist jetzt auf den Fadern. Und was auf den Fadern war, ist jetzt auf den Potis. Das kann ganz nützlich sein, wenn man lieber mit dem Fader was einstellt, als mit einem Poti. Ich zeige euch das jetzt mal an Kanal 8. Das ist die Snare-Gruppe. Achtet hier mal drauf. Die wird jetzt auch ausgewählt. Zack. Und jetzt kann ich mit dem Fader hier die Panoramaposition einstellen. Und das ist leicht auch etwas feinfühliger einzustellen. Besonders wenn man jetzt Automation zum Beispiel schreibt, kann das eventuell schöner sein. Dann stellen wir mal Flip wieder zurück. Jetzt haben wir ja hier oben in der Zeile Pan, Left, Right, Page 0102 stehen. Ich will aber jetzt mal wissen, wie ist denn in den einzelnen Kanälen der Panorama eingestellt? Das Panorama. Dann haben wir hier einen Taster, da steht Display und Name, Value. Wenn wir da draufklicken, kriegen wir in der oberen Zeile, ich glaube, ich schalte mal besser um auf die große Ansicht. Hier kann man es sehen. Das ist normalerweise die Ansicht. Und wenn ich hier einmal draufklicke, kriegen wir hier permanent die Werte angezeigt, die ich hier einstelle. Und wenn das nicht angewählt ist, dann zeigt er mir die Parameter nur an, solange ich hier dran rumfummel. Und wenn ich es loslasse, im Moment später wird hier wieder diese andere Beschriftung angezeigt. Wer sich wundert, was das für ein Läppchen hier ist, was die ganze Zeit leuchtet. Und da steht Motors. Wie gesagt, ich habe hier so eine Schablone drauf. Das ist auch noch eine Schablone für das X32. Im Original steht da Group. Aber wir sind ja in Cubase und deshalb benutze ich auch die Cubase-Beschriftung. Wenn ich da draufklicke, Motors, dann sind meine Motor-Failer ausgeschaltet. Schauen wir noch mal hier. Ich bewege den Fader. Und im X-Touch bewegt sich der Fader nicht. Wenn ich jetzt Motors wieder einschalte, zack, dann springt der Fader auch nach oben. Das kann ganz sinnvoll sein, wenn wir zum Beispiel in einer Recording-Situation sind. Und wenn ich, vielleicht hört ihr das, ich weiß es nicht. Die Dinger machen schon ein Geräusch. Ich glaube, das Gate von meinem Mikro, das überdeckt das. Aber die Dinger, die Motoren in den Federn machen schon ganz ordentlich Geräusche. Und wenn ich da jetzt eine Akustik-Gitarre aufnehme und so weiter und so fort, dann kann das störend sein. Dann würde ich die Motoren ausschalten. Ja, ist dann halt ein bisschen blöd, wenn man die Pages wechselt, nicht die Pages, die Federbank wechselt. Dann stehen die Feder halt nicht da, wo sie sind. Aber ja, das wollte ich nur gesagt haben. Dann sehen wir ja hier, wir haben jetzt gerade hier den Kanal ausgewählt, die Kick-Gruppe. Wenn ich jetzt die Federbank, komme ich gleich noch zu, wie das hier genau funktioniert, aber ich gehe einfach mal acht Kanäle weiter. Jetzt ist ja hier das Lämmchen aus. Jetzt könnte man meinen, es wäre keine Spur ausgewählt. Aber wie wir in Cubis sehen, ist die Kick-Gruppe immer noch ausgewählt. Davon also nicht täuschen lassen. Auch wenn wir durch die Federbänke durchswitchen und machen und tun, der selektierte Kanal bleibt so lange selektiert, bis wir irgendeinen anderen Feder berühren und dadurch ein anderer Kanal ausgewählt wird. Jetzt kommen wir noch dazu, habe ich ja eben schon erwähnt. Die Potis haben ja auch eine Push-Funktion. Solange wir uns hier im Standard-Panning-Modus, also im Standard-Mode des X-Touchs bzw. der Mackey-Control befinden, schalte ich mit diesem Push-Body, achtet mal hier auf Kanal 1, den Monitor-Button ein und aus. Ihr könnt das sehen, ich schalte mit einem Klick da drauf, kann ich auch hier machen. Sollte klar sein. Dann haben wir in jeder Spur, natürlich nicht auf einer Gruppe, können wir die Aufnahme aktivieren, also Aufnahmebereitschaft, wie auch immer, ein- und ausschalten. Die Funktion sollte klar sein. Dann haben wir noch einen Solo-Button. Machen wir das mal mit dir hier. Da habe ich euch gezeigt. Lange drücken, dann ist dieser Smart-Switch aktiviert. Einmal kurz drücken, dann ist die Taste in Solo. Gleichzeitig leuchtet dann hier ein Lämpchen. Wenn irgendein Kanal in Solo ist, leuchtet hier Solo-Defeat. Das erklärt auch direkt, was dieser Taster macht. Ich mache mal ein paar mehr Spuren in Solo. Wenn ich da drauf klicke, zack, gehen alle Spuren aus dem Solo raus. Und das ist meiner Meinung nach noch ein kleiner Bug. Die Lampe bleibt an, bis ich entweder Shift drücke oder nochmal drauf klicke. Solange bleibt die Lampe da an. Ja, kann störend sein, muss nicht. Dann noch, wir haben ja jetzt hier ein paar Spuren im Solo. Hier leuchtet auch ein kleines Lämpchen und da steht auch Solo drüber. Wenn ich jetzt die Federbank wechsle, sehe ich ja nicht, dass ich was in Solo habe. Ja, ich sehe es natürlich eigentlich schon, weil die Mute-Buttons dann leuchten. Aber ich bin halt auf einer anderen Page, beziehungsweise auf einer anderen Federbank und sehe trotzdem das hier, was in Solo ist. Und dann wieder Solo-Defeat. Nochmal drauf drücken, wie die Lampe ausgeht. Und dann haben wir die Solo-Funktion auch wieder ausgeschaltet. Bis hierhin sollte das meiste eigentlich relativ selbsterklärend sein. Jetzt kommt aber was, wo ich mir einigermaßen sicher bin, dass auch Leute, die schon länger ein X-Touch haben, beziehungsweise eine Mackey-Control nutzen oder ein Gerät, was als Mackey-Control fungiert. Wir können damit auch die Listen-Funktion nutzen. Dafür braucht man natürlich den Kontroll-Room und überhaupt Cubis Pro. Aber so ist es nun mal. Im Video zum Kontroll-Room, da bin ich auf den Listen-Button eingegangen. Wenn ich es nicht wieder vergesse, blende ich das hier in YouTube noch ein. Also, wie kommen wir an diese Listen-Funktion? Eins noch vorweg, das ist auch ein klein bisschen Backel. Ob das jetzt an dem X-Touch liegt oder an Cubase, das kann ich euch nicht sagen. Kann mir ja mal einer schreiben, der eine echte Mackey-Control hat, ob das Verhalten da ähnlich ist. Also, um da hinzukommen, müssen wir einmal die Shift-Taste drücken und auf Projekt. Dann leuchtet Projekt. Und wenn wir jetzt einen Kanal Solo schalten wollen, dann geht er nicht in Solo, sondern der... Ups, Entschuldigung. So will ich das zeigen. Dann geht der Listen-Schalter an. Das können wir jetzt auch auf mehreren Kanälen machen, so wie wir lustig sind. Und wir bekommen halt auch in der Mix-Konsole hier oben diesen Listen-Schalter, also dass irgendein Kanal im Listen-Modus ist. Und das können wir über diesen Schalter global dann für alle ausschalten. Ja, ich zeige das nochmal. Ich schalte die an. Und das kann man auch angeblich über den X-Touch machen. Und zwar sollen wir jetzt klicken, Shift und auf den Mixer. Also auf den Button Mixer. Jetzt haben wir gesehen, ist hier oben in der Mix-Konsole dieser Listen-Schalter deaktivieren. Das ist ausgelöst worden. Aber die Schalterchen hier sind noch an. Und ich kann jetzt hier auch nicht mehr draufklicken auf das L in der Mix-Konsole, um das auszuschalten. Das muss ich jetzt händig machen. Oder ich mache es halt über die Mix-Konsole Schalter hier oben. Aber wie gesagt, hier auf Shift und Mixer, dann bleiben die Dinger leider an. Und nur hier oben, das L geht aus. Also es funktioniert nicht so, wie es in der Bedienungsanleitung steht. Schade, weil wenn ich mich auf das Ding hier einlasse, dann will ich natürlich auch so viele Funktionen wie möglich darüber schalten. So, dann kümmern wir uns mal um die Automation. Und zwar haben wir hier in diesem Bereich, ich schalte euch das mal gerade groß, hier haben wir Read, hier haben wir Write. Das sollte relativ klar sein. Ich habe diesen Kanal hier selektiert und schalte Write an. Und jetzt ist der Kanal zum Schreiben einer Automation sozusagen eingeschaltet. Und dann schalte ich Write aus. Und jetzt ist er nur im Read-Modus. Das bedeutet, die Automation, die ich jetzt geschrieben habe, wird beim Abspielen gelesen und ausgeführt. Machen wir das doch ganz einfach mal. Ich starte das Ding mal. Dafür mache ich aber mal den Ton aus, weil das brauchen wir jetzt für den Fall nicht. Ich starte und schreibe jetzt eine Fader-Automation. Ich stoppe, schalte Write aus, starte. Und jetzt wird die Automation des Faders, wie ihr seht, ausgeführt. Und das kann ich auch noch mal in der anderen Ansicht zeigen, dass ihr sowohl Cubis als auch den X-Touch seht. Ich starte. Und meine Hände sind hier, ich mache gar nichts. Das war die Automation. Okay. Und dann schalten wir für diesen Kanal Read wieder aus. Jetzt noch eine Kleinigkeit. Und zwar, wenn kein Kanal in Read ist, beziehungsweise Write, können wir mit Shift, Read und Write alle Kanäle, die wir haben, in Read beziehungsweise den Write-Modus versetzen. Das kann ganz sinnvoll sein, wenn ich quasi eine komplette, mein Projekt komplett automatisieren will und mir keine Gedanken darüber machen will, wo ich jetzt, ich habe ja quasi mein Mischpult hier vor mir, stelle alles auf Write, lasse den Song laufen und sage, okay, ja, jetzt die Snare ein bisschen lauter, leiser, pipapo. Und dann sind automatisch alle Sachen eingeschaltet. Wer viel mit Automation arbeitet und einen komplexen Mix darüber fährt, dafür ist das eine schöne Funktion. Wenn wir allerdings mehrere Kanäle im Read-Modus haben, dann schalten wir über Shift und auf Read alle Kanäle wieder aus, die im Read-Modus waren. Das geht auch mit dem Write-Modus. Habt ihr gesehen. Und wie gesagt, nur wenn kein Kanal im Read oder Write ist, dann können wir darüber alle ein- und ausschalten. Dann haben wir hier, das hat jetzt nichts mehr mit Automation zu tun, sondern das liegt hier nur in der Nähe, deshalb komme ich jetzt zu den Funktionen, haben wir hier zwei Schalter. Auf dem einen steht Projekt, auf dem anderen steht Mixer. Und damit können wir zwischen den beiden Fenstern wechseln oder auch den Mixer ganz zumachen. Das sehen wir jetzt, wenn wir hier auf Fenster gehen. Jetzt ist die Mix-Konsole gar nicht mehr vorhanden. Also ich kann auch den Mixer damit sozusagen einschalten und ganz ausschalten. Oder halt hin und her wechseln. Sollte klar sein, ist kein großes Hexenwerk. Dann steht in der Bedienungsanleitung, dass wir über, also ich rede, wenn ich Bedienungsanleitung sage, rede ich von der Bedienungsanleitung von Cubase, Fernbedienungsgeräte. Nicht von der Bedienungsanleitung vom X-Touch. Das dazu gesagt. Und zwar steht da drin, wenn ich Shift-Taste und hier die smp.de beziehungsweise Beat-Taste, wo ich das Display hier mit umschalten kann, zwischen Zeit-Anzeige und Beat-Anzeige. Wenn ich also Shift und da drauf klicke, werden wohl in der originalen Mackey-Control hier die Level-Anzeigen ein- und ausgeschaltet. Ich kann da draufklicken, wie ich will. die tanzen hübsch weiter, so wie sich das gehört. Nun kommen wir mal zu den Fader-Bank-Tasten. Wir schauen uns das am besten an, wenn der Mixer offen ist. Und zwar haben wir jetzt vom Kanal 1 bis Kanal 8 hier so einen weißen Strich, wenn ihr das sehen könnt. hier unter den Monitor-Button. Hier ist der weiße Strich, der geht von Kanal 1 bis Kanal 8. Wenn ich jetzt Fader-Bank nach rechts, geht der immer in Achter-Schritten vor und zurück. Wenn wir allerdings dabei die Shift-Taste drücken, wandert das Ganze immer um einen Kanal weiter nach rechts oder nach links. Und jetzt habe ich das extra mal so gemacht. Wir starten ja jetzt in Q-Base nicht bei Kanal 1, sondern bei Kanal 2. Wenn ich jetzt wieder in Achterblöcken gehe, ist jetzt auch von 10 bis 17, von 18 bis 25 und so weiter. Der erste Kanal ist ja nicht ausgewählt. Unser erster Fader ist Referenzspur 2 und nicht Referenzspur 1. Wenn ich jetzt noch einmal die Fader-Bank nach links gehe, der kann ja jetzt nicht acht nach links springen, sondern er springt halt auf den ersten. Also das muss man ein bisschen bedenken. Man könnte ja jetzt meinen, hier steht Fader-Bank und dass ich jetzt mit diesen Channel-Tasten irgendwie die Kanäle, die Auswahl oder was weiß ich, was weiter schalten kann. Dem ist nicht so. Wir schalten damit die Pages um. Und dafür gehe ich nochmal auf die große Ansicht. Wir sehen jetzt hier oben, steht ja Page 01-02. Das sagt uns, in dieser Funktion, also in der Standard-Pan-Funktion, habe ich zwei Pages. Jetzt steht da 01 von zwei. Klicke ich dahin, steht da 02 von zwei. Was das hier genau macht, wie gesagt, komme ich später zu. Ich wollte nur sagen, mit den Tasten wandern wir nicht in den Channels, sondern wir schalten die Pages um. Gut. Jetzt kommen wir hier zu den Fader-Banks-Button. Das ist ein bisschen verwirrend, weil wir haben ja unten auch Fader-Bank. Das ist aber was anderes. Eigentlich sind das, das hätte hier anders beschriftet sein müssen, meiner Meinung nach. Das sind erstmal in der Hauptfunktion die Schalter für die, wie heißen sie so schön, Kanal-Sichtbarkeits-Konfigurationen in der Mix-Konsole. Und dann in zweiter Funktion können wir hier noch drüber einschalten, was für Sachen in unserem X-Touch hier auf den Federn überhaupt sind. Aber ich greife jetzt zu weit vor. Also, wir können uns in Cubase hier Konfigurationen erstellen. Ich füge mal eine hinzu. Das wäre dann die 5. Und dann sagen wir, aber was mache ich denn da? Da will ich mir nur Instrumenten, also VST, Instrumente, egal, anzeigen lassen. Dann muss ich hier hingehen und einmal sagen, nur Instrumente. Und dann hier auf Aktualisieren, damit das übernommen wird. So, hier steht ja in Nimmungen, das ist die 5. Und wenn ich jetzt wieder auf 1 schalte, zack, dann ist hier die 1 für alles. Und auf der 2 habe ich ohne Inputs. Auf der 3 habe ich nur meine Gruppen. Und ihr seht, es wird auch dann halt hier springen die Fader hin und her, weil ich jetzt auch hier nur Gruppen drauf habe. Und auf der, wo waren wir sind? Auf der, nee, jetzt gehen wir auf die 4. Da habe ich jetzt nur meine FX. Na hier, zack, zack, zack. Und auf der 5 habe ich gesagt, ich will nur Instrumenten, Kanäle. Okay, gehen wir wieder zurück auf meine Konfiguration. Alles, dann sehe ich hier auch meine Inputs. Oder die brauchen wir nicht mehr. Gehen wir auf die 2. Okidoki. Jetzt kommen wir zu diesen Schaltern, wenn wir gleichzeitig die Shift-Taste drücken. Und dazu zeige ich euch das nochmal. Vielleicht kann ich das etwas näher an die Kamera halten. Ihr seht es so ein bisschen. Hier, da steht dann in schwarz. Kann man das nicht schalten? Schalten. Ja, es geht. Da steht in weiß, das ist quasi ohne Shift und in schwarz, was dahinter steht. Das ist dann mit der Shift-Taste gedrückt. Das ist schön beschriftet. Da habe ich ja vorhin schon erzählt, dass das auf Ebay ein bisschen anders aussah, als ich das Ding gekauft habe. Na komm, warum das jetzt nicht auf die Entfernung vernünftig scharf schaltet? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal in die andere Ansicht wieder, in OBS. Und jetzt gucken wir uns mal an. Hier steht wie gesagt All und Audio und Pipapo. Ich mache das mal mit der Shift-Taste und ich gehe jetzt mal auf Audio. Zack. Dann haben wir jetzt in Cubase gesehen, dass hier die Kick-Gruppe und die Snare-Gruppe rausgenommen wurden in der Ansicht. Und auch im X-Touch sind jetzt die Fader umgesprungen. und es sind halt immer nur die Fader auf dem X-Touch auch aktiv oder werden benutzt von den Kanälen, wo dieser weiße Strich ist. Ihr seht Kanal 1 bis 4 ist der weiße Strich, dann kommt eine Gruppe, ist der weiße Strich nicht da. Hier kommen wieder zwei Audio-Kanäle, zwei weiße Striche, eine Gruppe und wieder zwei Audio-Kanäle. Und so kann ich auch durch die der Fader-Bank auf die nächsten acht umschalten. und dann seht ihr, hier ist ein weißer Strich, das ist ein Audio-Kanal, eine Gruppe, kein Strich, wieder zwei Audio-Kanäle, Gruppe, Audio, Gruppe, Audio, Audio, Gruppe, Gruppe, Audio. So, jetzt will ich zu einem bestimmten Beispiel vor, wo wir auch noch ein paar andere Kanäle haben. Na, hier kommen wir der Sache näher. So, ich kann jetzt nicht mehr weiterklicken, ihr seht das, weil hier hinten der letzte ausgewählte Kanal ist jetzt hier ja, jetzt ist hier der VCA-Fader ausgewählt und das ist aber nicht der VCA-Fader, sondern diese Spur. Jetzt habt ihr gesehen, auch die weißen Striche haben sich jetzt geändert. Gehe ich jetzt wieder zurück Das ist so ein bisschen buggy mit diesem weißen Unterstrich hier, aber deshalb bin ich hier hingegangen. Wir können ja auch mit Shift hier mal versuchen weiterzugehen. Ich bin jetzt ganz woanders eigentlich mit dem mit dem X-Touch. Ich bin eigentlich hier vorne, aber diese weißen Striche bleiben irgendwie stehen. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Jetzt bin ich ganz vorne und trotzdem sind hier noch drei Kanäle. Hier die Kanäle sind immer noch unterstrichen. Warum, wieso, weshalb ich dann erst mal einen Kanal auswählen muss, selektieren muss, damit die weißen Striche hier hinten weggehen. Ich gehe nochmal da ganz hinten. Na, habt ihr gesehen? Ich bin hier gar nicht und trotzdem sind die weißen Striche da und erst wenn ich den Kanal eins selektiere, zack, springt auch meine Ansicht in der Mix-Konsole dahin und jetzt sind die weißen Striche hier hinten weg. Ich selektiere mal wieder hier dieses Ich habe jetzt nur die Spur hier selektiert und mir werden auf einmal hier die acht weißen Striche angezeigt und hier vorne sind sie weg, aber ich bin im X-Dutch noch da vorne. Das ist irre. Und jetzt wandere ich hier so ein bisschen durch und hier hinten sind aber noch die weißen Striche und ich selektiere jetzt mal eine andere Spur. Zack. Jetzt ist es wieder richtig. Das ist leider etwas buggy, das nervt mich manchmal doch extrem, aber so ist es nochmal. Okay, ich schweife ab. Ich klicke mal wieder auf All. Jetzt sind auch meine Gruppen mit drin. Was haben wir denn hier noch? Ich kann hier nur Gruppen auswählen. Dann seht ihr, sind nur Gruppenspuren ausgewählt. Das sehen wir dann auch hier. Ich kann also hier die Kick-Gruppe auf dem zweiten Feld habe ich die Snare, die Tom-Gruppe, Blech-Gruppe, Overheads, Rooms und die Drums-Gruppe im Allgemeinen. Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich mir hier alles verstellt habe. Dann können wir natürlich auch hier einfach nur uns die FX-Kanäle anzeigen lassen. Dann haben wir hier nur FX-Kanäle und warum er jetzt hier nicht hin und her springt, beziehungsweise die weißen Striche wieder nicht passen, das sehen wir hier. Also diese Anzeige mit dem weißen Strich, das geht mir echt gewaltig auf den Nerv. Dann können wir uns einmal über den Taster 5, da steht Instrumente. Jetzt haben wir nur ein, ich habe jetzt hier nur ein virtuelles Instrument drin, deshalb bleibt das da so stehen. Dann haben wir MIDI. Ich habe jetzt hier mal einfach nur ein MIDI. Der ist hier, die sind alle ohne Funktion hier, weil ich nur eine MIDI-Spur im Projekt habe. Dann können wir uns aber auch die IOs anzeigen lassen. Jetzt habe ich quasi hier meine vier Mono-Inputs und mein Stereo-Input und mein Stereo-Out. Und jetzt achte mal, wenn ich den bewege, bewegt sich der natürlich mit, weil das ist jetzt quasi derselbe Kanal. Und dann habe ich meine Inputs. dafür muss ich natürlich hier einmal alles auswählen, damit wir die auch in der Mix-Konsole sehen. Auf den Fadern sehen wir die nicht. In der Standard-Einstellung. Ich gehe nochmal auf IO und jetzt habe ich auch meine Input-Fader hier drauf. Da soll man ja eigentlich die Finger von lassen, aber vielleicht hat da mal einer eine Funktion für, dass man auch den Fader davon bewegen kann. Wir können aber jetzt hier ist ein Stereo-Input auch das Panorama hier regeln. Und dann haben wir einen unbeschrifteten Schalter. Da steht nur die 8. Da ist allerdings, da liegen die VCA-Fader. Ja, weil auch wenn wir auf All gehen und jetzt suchen wir uns mal, wo der VCA-Fader ist. Habe ich den da hingesteckt. Hier ist der VCA-Fader. Der taucht nicht auf, auch wenn wir sozusagen alles eingestellt haben. Wir müssen dann, Entschuldigung, Shift und 8. Jetzt haben wir den VCA-Fader. Wenn ich wieder auf All gehe, ist kein VCA-Fader irgendwo zu sehen. Ja, das muss man auch wissen, wenn ich jetzt hier irgendwo einen VCA-Fader dazwischen habe. Denn ist der Teil leider so. Ich mache das mal gerade. Und zwar muss ich da aber hier mal in die Mix-Konsole gehen. Quatsch, ins Projektfenster. Das ist ein bisschen einfacher. Ich klatsche jetzt hier einfach mal einen VCA-Fader dazwischen. Der ist jetzt hier ein VCA-Fader. Jetzt gehen wir zurück in die Mix-Konsole. Wir sind ganz am Anfang. Ihr seht, wenn ich jetzt auf Shift und 8 gehe, dann habe ich jetzt hier auch diesen VCA-Fader, der dann die Kick, hier den Kick-In-Kanal mit steuert. Und wenn ich wieder auf mit Shift und 1 auf All gehe, ist der deaktiviert. Und jetzt kommt es halt und wir haben ja jetzt hier quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kanäle. Aber der wird mir im X-Latch nicht angezeigt. Also geht unsere Auswahl bis 9. Und wenn ich jetzt eine Federbank weitergehe, sind wir halt nicht von 9 bis 16, wie es normalerweise sein sollte, sondern von 9 bis, ja Quatsch, von 10 bis 17. Und jetzt kann ich aber mit Shift und zurück, bin ich jetzt hier wieder auf 9 bis 16. Ich hoffe, wir können wir folgen und jetzt wechsle ich die Federbank und der VCA-Fader ist wieder, das müsste ja der vierte Feder sein auf dem X-Touch, ist aber nicht, es ist die Kick-Out. Da bitte dran denken, ich mache den jetzt nochmal. Nun, jetzt habt ihr gesehen, jetzt habe ich hier irgendwie was rumgefummelt und jetzt ist diese Anzeige in Cubase, dieser weiße Strich, gaukelt mir vor, das ist Fehler 4. Ich bin 1, 2, 3, 4 und habe aber die Kick-Out und hier ist 1, 2, 3, 4, 5. Davon nicht verwirren lassen. Das ist echt kacke, dass jetzt hier, dass der einfach anbleibt, dieser weiße Strich, das nervt mich echt extrem. Ja, dann wollte ich euch noch ganz kurz hier die Undo, Redo, Save und Revert Funktion zeigen. Fangen wir mal mit Undo und Redo an. Ich gehe jetzt einfach mal hin, das zeige ich euch aber im Projektfenster und ich lösche jetzt einfach mal hier diese, da haben wir die Automation drauf, das will ich vielleicht später noch benutzen. Wir löschen einfach mal diese Spur. Wir wählen die Spur aus und dann mit Shift und Entfernen auf der Computer-Tastatur können wir die löschen. Ja, ich will die Spur weg haben. Oh, ein großer Fehler, das hätte ich nicht tun sollen und dann klicke ich einfach auf Undo. Klar, ne, Strg-Z auf der Computer-Tastatur ist dasselbe, aber ich kann dann einfach hier, zack, Undo und Redo ausführen. Was auch sehr schön ist, mit gedrückter Shift-Taste und auf Undo geht unsere Bearbeitungsschritt-Historie auf, die wir normalerweise erreichen über Bearbeiten und Liste der Bearbeitungsschritte. Da sind ein paar Klicke mehr, als wenn ich einfach im X-Touch hier Shift und Undo drücke. Und jetzt können wir mit den Pfeiltasten hier unten auf unserem X-Touch, können wir schrittweise durch diese Sachen hin durchgehen und können dann schrittweise quasi hier auswählen, was wir undoen und redoen wollen, sozusagen. Dann haben wir natürlich noch hier einmal Save. Ich klicke einfach mal drauf und da passiert nichts Großes, anderes, als wenn ich hier unter Datei auf Speichern einmal klicke. Wenn ich jetzt hingehe und drücke Shift und Save, dann habt ihr gesehen, ist hier ein Minus 0,1 dahinter gegangen. Ich mache das noch mal. Könnt ihr das überhaupt sehen? Genau das Fensterchen hier davor. Das ist zu klein, das kann man echt, das sieht man glaube ich nicht. Dann zeige ich euch, dass hier Quatsch, als neue Version speichern, das ist quasi STRG ALT S. Wenn ich da drauf klicke, wird ja hinter den Namen des, wo kann ich euch denn den Projektnamen anzeigen, hier da sieht man es. Das ist jetzt mein Projekt X-Touch mit Qubis 0,2 und wenn ich jetzt Shift und Save drücke, ist das die 0,3. Da will ich nicht hin, ich will den Pool öffnen, verdammter Huckst. Hier, jetzt steht hier 0,3. Macht er das automatisch? Zack, ah ja genau. Das ist dann also quasi immer eine neue Version. Oder ich safe ganz normal, ich lösche hier einfach mal wild ein paar Spuren und sage weg damit, ja, weg damit. Und jetzt gehe ich nochmal auf Revert. Wir haben jetzt einige Spuren gelöscht, ich sage, willst du zurück zur letzten Version? Ich sage, aber sicher doch. Und jetzt lädt er uns das Projekt sozusagen nochmal neu rein. Das ist eine blöde Fehlermeldung, das bin ich aber selber schuld. So, und jetzt sind alle unsere Spuren wieder da. Wenn man mal totale Kacke gebaut hat, ist das eine Funktion, die einen den Hintern retten kann. Dann haben wir natürlich noch hier unsere Transporttasten und Lokatoren und so weiter. Ja, das, ich denke, das ist wirklich selbsterklärend. Wir haben einmal Play, Stop, wir können schnell vorspulen, schnell zurückspulen und wir können auch Record einschalten. Dann können wir hier auf den linken Lokator, auf den rechten Lokator, wir können den Cycle ein- und ausschalten. Dann haben wir hier, ich habe mal hier mit F2 Computertastatur hier das Transportbedienfeld aktiviert und dann können wir mit Punch können wir hier Punch-In aktivieren und deaktivieren. Dann haben wir noch, ich mache das Ding mal zu hier, dann haben wir noch Marker, damit können wir einmal zum vorherigen Marker springen oder zum nächsten Marker springen oder irgendwo, wo sich gerade der Positionszeiger befindet, einen Marker hinzufügen. Dann haben wir noch hier unser schönes Scrubbing-Wheel oder Transport-Wheel, da können wir vor und zurück durchs Projekt und wenn wir Scrub dabei drücken, dafür muss ich aber mal gerade ein bisschen die Lautstärke hier anmachen, dass das auch hörbar wird in OBS. Ich hoffe, ich mache mal lieber ein bisschen leiser, wenn ich jetzt dann scrubben wir und hören quasi, da kann man dann irgendwie Stille suchen oder was weiß ich was. So, ich mache da mal wieder aus. Dann haben wir hier noch ein paar schöne Tasten. Damit kann ich navigieren und zwar einmal im Projekt. Ihr seht, kann ich auf bestimmte Kanäle gehen. wir können aber auch nach rechts gehen oder nach links. Wenn wir nach rechts gehen, seht ihr, dann ist hier dieses Event ausgewählt. Das macht aber mehr Sinn, wenn ich mal wohin gehe. Da habe ich ein paar mehr Schnitte gemacht. Ja, ist es denn die Menschenmöglichkeit? So, hier unten habe ich jetzt ein paar Schnitte gemacht, dass das auch Sinn macht. Ich gehe jetzt quasi im Moment, da blende ich aber mal die Mix-Touch aus, kann ich mit diesen Tasten hier quasi durch diese Events durchsteppen und mit nach oben und unten dann auch das Event. Ihr versteht das Prinzip und in der Mix-Konsole können wir mit diesen Tasten auch hier durch die Gegend wandern. Dann haben wir aber hier in der Mitte noch so ein Knöpfchen, wenn wir das einschalten, dann leuchtet das und wenn ich jetzt rechts und links gehe, dann zoome ich auf und auf wieder zu. Sollte klar sein. Und im Projektfenster können wir auch auf und zu zoomen in der Größe und auch im Projekt mit links und rechts können wir das hier aufzoomen. Also, Marke habe ich schon gezeigt. Ja, dann würde ich sagen, ist das für dieses Video jetzt auch erstmal, um die Basic-Funktion hier zu zeigen, auch erstmal gut und um die weiterführende Funktion kümmern wir uns in den nächsten Videos. Ja, dann, ihr kennt das Spielchen, was bleibt mir zu sagen, haut schlaue rein, trinkt euch noch ein Bier und locker bleiben. das Spielchen, das ist wie es noch ein Bier ist. das ist ein Bier, dann wie es das ist, Vielen Dank.